Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie sich dazugeschaltet haben für unsere Patientenveranstaltungsreihe. Mein Name ist Bernd Eckert, ich bin der Chefarzt für die Neuroradiologie hier im Hause. Nicht Neurologie und auch nicht Radiologie, sondern Neuroradiologie. Wir beschäftigen uns mit Diagnostik und auch mit Therapie von Erkrankungen der Hirngefäße und Halsgefäße. Unser heutiges Thema ist die Stentversorgung von den Gefäßen, die das Gehirn versorgen, sowohl im Halsbereich als auch im Hirnbereich. Aber wir haben natürlich viel häufiger und damit befassen wir uns heute vornehmlich, die Behandlung von Stenose im Halsbereich als unser Thema. Das Hauptthema ist da nicht die Halsschalader, die Arteria Karottes. Sie können gerne sich dazuschalten über den Chat, wenn Sie Fragen haben. Ich werde die am Schluss des Vortrags, der so ungefähr 30 Minuten ungefähr ist, dann vorlesen und eins im Bearbeiten und beantworten. Also würde mich freuen, wenn Sie sich da beteiligen würden. Und das wird sich vielleicht auch aus dem Vortrag noch ergeben. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an und dann schalten wir den Vortrag ein. Ich blätter jetzt die Folien durch. Gut, also was möchte ich als Thema adressieren heute? Das eine ist generelle Aspekte der ganzen Arteriosklerose. Welche Symptome hat man bei Stenosen, bei Einengung der Hirnversorgung an Arterien? Welche Diagnostik gibt es? Es gibt ja vielfältige Diagnostik im radiologischen Bereich, die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Warum macht man das überhaupt? Warum kommt man dazu, diese Adern zu stenten? Auch im Vergleich zur Operation. Und dann wollte ich Ihnen technisch zeigen, wie das überhaupt vor sich geht und ein paar Worte auch noch zur Nachsorge. Gut, die Risikofaktoren, die sind Ihnen wahrscheinlich alle bekannt, aber der Vollständigkeit halber, möchte ich Ihnen nochmal kurz erwähnen, dass es natürlich das Rauchen nicht gut ist, für viele Dinge nicht gut ist, ist klar. Aber insbesondere für die Gefäße, das begünstigt die Arteriosklerose. Der Hypertonus ist ein Risikofaktor, den man medikamentös gut behandeln kann. Den muss man erstmal registrieren, also da muss beim Hausarzt registriert werden, der Blutdruck. Und wenn er zu hoch ist, dann muss man sehen, dass man ihn behandelt natürlich. Ganz wichtiges Thema ist insbesondere für die Herzgefäße, für die Herzkranzgefäße, aber natürlich auch für die Hirngefäße, die Blutfette, die Zusammensetzung der Blutfette und welche Werte erhöht sind. Auch da kann man dietetisch, also durch Diät, aber auch durch medikamentöse Behandlung einiges zum Positiven verändern. Patienten mit einer Zuckerkrankheit, klar mit Diabetes, die häufig gar nicht erkannt werden, haben natürlich auch Risikofaktoren. Naja, und das, was Ihnen auch bekannt ist, ist klar, Bewegungsmangel ist nicht gut. Auch für die Arteriosklerose ist es günstig, wenn man sich regelmäßig bewegt und Sport treibt. Gut, das sind allgemeine Betrachtungen, die Sie natürlich kennen. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, weil das ist wirklich eine Sache, die viele Patienten noch nicht kennen. Welche Symptome hat man überhaupt, wenn man eine Enge der Hirnarterien hat? Das sind in der Regel bei vielen Patienten Warnsymptome, die schon mal vorgelegen haben, bevor es wirklich ernst und gefährlich wird und die nicht so richtig ernst genommen werden, weil sie nur so kurz sind und weil sie nicht wehtun. Ein Schlaganfall tut nicht weh. Wenn man eine Minderdurchblutung am Herzen hat oder am Bein oder auch am Darm, hat man in aller Regel Schmerzen und zwar heftige Schmerzen. Aber das ist beim Gehirn eben nicht der Fall, weil das Gehirn selbst keine Schmerzrestriptoren hat. Wenn es eine Minderdurchblutung gibt, dann äußert sich das in Symptomen. Und die sind typischerweise eine Sehstörung. Also wenn Sie plötzlich auf einmal ganz kurz auf einem Auge gar nichts mehr sehen und das Sehen dann wiederkommt, das ist auf jeden Fall ein Alarmsymptom. Medizinisch heißt es Amarosis Fugax, also eine kurzdauernde Blindheit. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass sehr wahrscheinlich eine Einengung der Halsader vorliegt. Das gleiche gilt für folgende Symptome, wenn Sie eine kurze Taubheit haben in Arm und Bein. Also wenn es sich taub anfühlt, als wenn es betäubt wäre. Und das gleiche gilt natürlich auch für eine Lähmung. Also wenn man plötzlich das Arm und den Arm und der Bein oder auch die Gesichtshälfte einfach nicht mehr bewegen kann. Häufig ist es auch nur in den Fingern. Dann höre ich das häufig von den Patienten, die sagen, dann schütteln Sie ein bisschen. Und da das häufig von alleine wieder weg geht, haben Sie das Gefühl, Sie haben es weggeschüttelt. Aber das ist immer ernst zu nehmen, wenn Sie plötzlich eine Taubheit oder insbesondere eine Lähmung haben im Arm oder in der Hand. Das gleiche gilt für eine Sprachstörung, weil Sie plötzlich auf einmal nicht mehr sich ausdrücken können und Ihnen die Worte fehlen. Das fällt meistens an den Partner auf. Das ist genauso wichtig wie die andere Form der Sprachstörung. Die nennen wir dann Sprechstörung. Wenn die Sprache zwar, wenn die Wörter zwar vorliegen, man aber undeutlich wird. Plötzlich auf einmal eine klosige Sprache kriegt für ein paar Minuten und das wieder besser wird. Und dann für, besonders wenn man im hinteren Gehirn, im hinteren Gehirnkreislaufsymptome hat, dann hat man häufig Doppelbilder. Also man sieht plötzlich vorübergehend etwas doppelt. Auch das geht wieder weg. Oder man hat Schwindel, wenn man aufsteht. Insbesondere dann wiederholend, wenn man aufsteht und einem schwindelig wird, kann das auch ein Symptom sein für eine Minderdurchblutung aufgrund einer Einengung. Nun habe ich Ihnen viele Symptome genannt. Wenn eins von diesen Symptomen Ihnen bekannt vorkommt, dann sollen Sie zum Arzt gehen. Einen kurzen Überblick über die Diagnostik, die wir durchführen bei diesen Erkrankungen, mit denen viele von Ihnen irgendwo sicherlich schon mal in Berührung gekommen sind. Ultraschall, Computertomographie, Kernschulentomographie und Angiografie. Ich möchte Ihnen jeweils ein Bild zeigen als Beispiel, damit Sie sich etwas einordnen können und vielleicht in der Zukunft auch besser verstehen können. Die Ultraschalldiagnostik ist nun die einfachste Diagnostik. Mithilfe einer Schallsonde, die Sie hier sehen, in diesem mobilen Gerät, können Sie sehr gut hier direkt die Schallsonde auf die Halsader aufsetzen und können die Durchblutung wunderbar direkt ableiten. Und das ist eine völlig ungefährliche und harmlose Untersuchung, mit der man eine enorme diagnostische Aussagekraft hat. Und das ist immer das Erste, was man macht, wenn es um die Einengung der Halsadern geht. Das ist viel besser zugänglich als die Herzadern, die ja hinter dem Brustkorb sitzen. Die Halsadern sind direkt im Unterschied zugänglich. Und das ist also eine sehr einfache Methode. Was Sie da sehen, zeige ich Ihnen hier. Hier sehen Sie also jetzt die Durchblutung. Da kann man die Blutgefäße sogar farblich darstellen. Und dann sieht man eben hier, das ist die normale Durchmesser der Halsarterie. Und an der Stelle ist es dann eng. Da sehen wir dann, da ist wirklich eine hochgradige Einengung. Was wir auf diesem Bild hier, das ist eine Eingografie, sehen. Diese Ader ist eindeutig zu eng. Und wenn die behandelt worden ist mit dem Stent, dann kann man das hier zum Beispiel so erkennen. Sie sehen, da ist keine Einengung mehr. Das ist ein homogener, roter Blutfluss. Den Stent können Sie hier außen an diesen hellen Punkten erkennen. Und die Eingografie zeigt uns dann, durch den Stent ist die Stenose beseitigt worden. Also das ist der Ultraschall, sowohl für die Diagnostik von Stenosen, als auch für die Kontrolle nach der Behandlung, nach Stent, aber auch nach OP, ist das die Methode der Wahl. Was wir dann häufig brauchen, auch insbesondere, um Aussagen über das Gehirn zu kriegen, sind Computertomogramm und Kernspintomogramm. So sieht ein Computertomogramm aus. Da liegen Sie auf dieser Liege und man hat eine kleine, kurze Röhre, die nur 10 Zentimeter dick ist. Das ist in der Regel für keinen Patienten ein Problem. Da beim Computertomogramm werden Röntgenstrahlen verwendet. Man benutzt, wenn man es braucht, ein jodhaltiges Kontrastmittel. Das ist für Patienten mit Allergie wichtig, wenn die Allergie haben, für jodhaltiges Kontrastmittel. Und das Kontrastmittel wird über die Niere ausgeschieden. Das sind Dinge, die man immer vorher abklären muss, bevor man Patienten im Computertomogramm untersucht. Die Bilder sehen dann so aus. Hier sehen Sie mal das Gehirn. So sieht das Gehirn aus im Computertomogramm. Da ist ein kleiner Schlaganfall und da ist ein kleiner Schlaganfall, eine kleine Narbe zu sehen. Und hier sehen Sie eine computertomographische Angiografie mit Kontrastmittel. Das ist das normale Gefäß Halsschlagader und das geht es dann zum Gehirn. Und hier sehen Sie schon an der Stelle, da ist eine hochgradige Einengung und wir können dann sehr gut sehen, wie die Stenose aussieht. Das ist wichtig für uns, wenn wir uns entscheiden, ob es eine Operation wird oder ein Stent. Jetzt kommen wir zur Kernspintomographie. Das heißt auch Magnetresonanztomographie oder MRT. Alle diese drei Begriffe werden unterschiedlich verwendet und meinen das Gleiche. Auch das ist eine Schichtdarstellung, aber die arbeitet nicht mit Röntgenstahl, sondern mit Magnetwellen. Und da haben Sie jetzt nicht nur eine kurze Scheibe, sondern Sie sehen das, das ist die berühmte lange Röhre. Da haben einige Patienten Schwierigkeiten mit, sich da reinzulegen, weil sie Platzangst bekommen. Selbst wenn das so ist, können wir mit Medikamenten dafür sorgen, dass es bei vielen Patienten geht. Die Untersuchung hat wiederum andere Vorteile. Aufpassen müssen wir bei dieser MRT mit Metallfremdkörpern, insbesondere Patienten mit Herzschrittmachern. Auch die können wir heutzutage meistens im Kernspiel untersuchen, aber wir müssen es nur vorbereiten. Und bei bestimmten Metallimplantaten, das muss man halt wissen, bevor ein Kernspiel durchgeführt wird. Als Kontrastmittel verwenden wir etwas anderes, das heißt Gradulium. Und das ist in der Regel viel besser verträgt, auch für die Nieren, besser verträglich als das jodhaltige Kontrastmittel. Und so sieht dann ein Kernspintomogramm aus. Auf diesem Bild sehen Sie jetzt nochmal die Darstellung des Gehirns. Und da sehen Sie jetzt hier, das, was hier so hell aufleuchtet, das ist zum Beispiel ein kleiner Schlaganfall. Und was Sie eben in der Kernspintomographie auch gut ohne Kontrastmittel machen können, ist eine Angiografie, eine Darstellung der Blutadern. Hier sehen Sie mal die ganzen Adern im Gehirn. Und Sie können dann eindeutig erkennen, dass an dieser Stelle zum Beispiel eine hochgradige Einengung der mittleren Gehirn-Arterie vorliegt. Also hier können Sie sogar die Gefäße darstellen, die Blutadern, ohne Kontrastmittel zu verwenden. Ja, und das Letzte, was ich Ihnen noch zeigen will, das ist dann die Angiografie. Das ist das Gerät, in dem wir dann das Stenting durchführen. Man liegt eben auf dieser Liege und um einen herum gibt es eine oder zwei Röntgenröhren, in der wir, das zeige ich Ihnen gleich noch näher, um das besser zu verstehen, um dann zu sehen, an welcher Stelle das Gefäß eng ist und das direkt dann auch zu behandeln. So sieht das aus. Und das ist dann ein angiografisches Bild. Sie sehen hier das, was dunkel ist. Das ist das Kontrastmittel, also das Blut in den Adern. Und Sie sehen hier an dieser Stelle mit den grünen feigen Kennzeilen, da lag eine hochgradige Einengung vor, eine hochgradige Stenose. Und dann hat man hier ein Stent implantiert. Und dann sehen Sie, dass die Stenose vollständig verschwunden ist. So sieht ein angiografisches Bild aus. So, das war jetzt so ein bisschen, um die Begriffe unserer Untersuchungen und Therapien so ein bisschen darzulegen. Und jetzt möchte ich Ihnen erklären, wie das überhaupt vorsichtig geht, eine Angiografie oder ein Stenting. Okay. Was Sie auf der linken Seite sehen, ist eine Darstellung der gesamten Gehirnarterien in einer Kernschmerbomographie. Diesmal mit Kontrastmittel, weil wir den ganzen Gefäßbaum darstellen. Und das hier, das ist der Aortenbogen. Hier unten ist das Herz und dann ist das die Hauptschlagader. Und aus der Hauptschlagader gehen dann die Arterien hier zum Arm oder eben zum Gehirn ab. Da gibt es die vordere und der hintere Schlagader, aber wir reden jetzt in erster Linie hier über die Halsschlagader. Das ist die Arterie Karotis. Da geht es zu den Gesichtsarterien ab. Und das ist die Karotis interna, die Hauptschlagader zum Gehirn. Und hier sehen Sie dann hier oben die anderen Arterien. Das ist die Anatomie, die wir immer vor uns haben. Und hier nochmal aufgezeichnet auf einem menschlichen Körper. Das ist jetzt die Leistenarterie. Das ist die Stelle, an der wir punktieren. Und dann können wir ohne Probleme mit dem Katheter hier oben lang, bevor wir zum Herz gehen, biegen wir um. Hier ist es mal großgezeichnet. Und gehen dann in das Gefäß, in das wir rein wollen. Und können dann mit dem Katheter das darstellen. Wenn wir den Katheter reinschieben und Kontrastmittel geben, dann können wir es darstellen. Oder wenn wir ein Stent implantieren wollen, können wir auch über eine Darstellung am Röntgenschirm sehen, was wir da tun. Das zeige ich Ihnen gleich. Gut. Wie gefährlich ist eine diagnostische Angiografie? Man muss also sagen, eine CT-Angiografie oder eine MR-Angiografie ist ungefährlich. Da passiert ja nichts, weil wir ja Kontrastmittel nur in die Vene geben. Hier sind wir immerhin in den Arterien aktiv. Da gibt es Risiken. Aber in geübten Händen, also von Kollegen, die das sehr häufig machen, ist das Risiko, dass durch eine diagnostische Angiografie, wo wir nachgucken wollen, wie hoch gerade ist die Einigung zum Beispiel, dass die Gefahr dieser Angiografie sehr gering ist. Also das Risiko dadurch, nur durch die Untersuchung einen Schlagabfall zu kriegen, ist deutlich unter 0,5% und heutzutage wahrscheinlich noch unter 0,1%. Ist also sehr niedrig, wenn das in geübten Händen passiert. Und ist auch nicht weiter unangenehm. Ich zeige Ihnen gleich mal, wie das aussieht. So sieht also jetzt eine Einengung der Heilschnachader aus. Und wenn das bei Ihnen der Fall ist, wenn Sie jetzt also das Durchlaufen haben, was ich Ihnen eben geschildert habe. Sie haben zum Beispiel mal eine kurzfristige Sehstörung auf einem Auge gehabt. Sie gehen zum Arzt, der Ultraschreibe wird gemacht. Da stellt man eine Schenose fest. Und dann wird das hier bei uns zum Beispiel in der Gefäßambulanz vorgestellt. Dann haben wir also den Fall einer hochgradigen klinisch-symptomatischen Chaotischenose. Dann ist für uns klar die Indikation gegeben, das zu behandeln. Das ist also hier, wenn Sie eine Einengung der Heilschnachader haben, die mehr als 50 Prozent beträgt und Sie haben Symptome, die ich eben geschildert habe. Da liegt für uns ganz klar eine Indikation vor, diese Genose zu behandeln. Und auch wenn Sie keine Symptome haben, würden wir eine Behandlung anraten, wenn die Einengung über 70 Prozent beträgt. Und dann gibt es immer die eine oder andere Information, die dazu führt, dass wir eher eine Operation empfehlen oder eher ein Stenting. Das hängt zusammen damit, wie ist der Zugangsweg. Kommt man da zum Beispiel durch den Katheter gut hin oder kommt man durch die Operation gut hin oder ist das eine erschwert oder das andere erschwert? Ist dort eine starke Verkalkung oder gibt es andere Schwierigkeiten, die für die OP zum Beispiel schwierig sind? Also das ist im Einzelfall immer sehr unterschiedlich. Und das gucken wir uns an anhand der Befunde im Unterschall, aber auch im Kernspinn oder in der Kernspinnangio-Grafie. Und dann können wir eine Empfehlung abgeben. Alle Patienten, die bei uns kommen, ob sie über die Neurologie kommen oder über uns, über die Neurologie oder über die Chirurgie, werden immer gemeinsam in einer Konferenz mit allen Disziplinen angeguckt und dann wird eine gemeinsame Empfehlung zur Behandlung ausgesprochen. Das Wichtige ist, dass wenn diese Bedingungen gegeben sind, die ich Ihnen oben geschildert habe, also eine Einigung, eine symptomatische Einigung, die mehr als 50 Prozent beträgt oder eine asymptomatische Einigung, die mehr als 70 Prozent beträgt, dann ist das Risiko des Eingriffs kleiner als das Risiko einer Behandlung nur mit Medikamenten. Das ist ja immer die Alternative. Soll ich eine Behandlung, eine Intervention oder Operation machen lassen oder bleibe ich bei den Medikamenten? Aber unter diesen Konstellationen haben wir eindeutig sehr viele Studien über die letzten Jahre und Jahrzehnte gesammelt, dass wir sagen können, wenn das vorliegt, ist das Risiko des Eingriffs kleiner als das Risiko des Spontanverlaufs ohne den Eingriff. Und wie geht das nun technisch vor sich? Das ist mal eine schematische Zeichnung. Wir haben hier auf der linken Seite jetzt mal eine Einengung der Halsschlagader. Und wenn wir das Stenting machen, dann wird durch über ein Draht, den Sie hier sehen, wird also der Stent eingeführt, da ist er noch nicht entfaltet. Dann wird so eine kleine Hülse, diese weiße Hülse hier, ganz langsam zurückgezogen. Dann entfaltet sich der Stent und legt sich hier diese Einengung an. Dann ist es schon meistens etwas weiter geworden. Also aus einer, was ich, 70-prozentigen Genose ist dann eine 30-prozentige geworden. Und dann wird abschließend nochmal über den Draht, der bleibt dann liegen, ein Ballon eingeführt und der wird aufgedehnt. Das ist eigentlich im Grunde das Einzige, was der Patient merkt während des Eingriffs. Und dann wird das alles rausgezogen und am Schluss verbleibt hier der Stent. Der wächst dann langsam ein, also der wächst eine ganz dünne Gefäßhaut drüber, über den Stent. Und der wird dann eingebaut und von dem merkt man gar nichts mehr. Und der sorgt dafür, dass keine neue Stenose entsteht. Hier haben Sie nochmal das Bild zur Erinnerung. Das ist vor der Behandlung und hier nach der Behandlung, wenn alles vorbei ist und der Stent drin ist und die Stenose beseitigt ist. Und nochmal die Reihenfolge, damit Sie ein Bild davon haben, bevor ich Ihnen gleich ein paar Fotos zeige, wie das so vor sich geht, der Patient ist bei uns immer wach. In der Regel wird ja bei einer Karotis-Operation, wie bei meisten Operationen, eine Vollnarkose benötigt. Wir brauchen nie eine Vollnarkose, der Patient ist immer wach und wir können mit ihm sprechen. Wir brauchen also nur eine lokale Betäubung in der Leiste, so wie beim Zahnarzt mit einer kleinen Spritze. Die Funktion selbst merkt man vielleicht ein bisschen, aber die tut nicht weh. Und von den ganzen Eingriffen merkt man eigentlich nur dann etwas, wenn Kontrastmittel gespritzt wird, dann gibt es mal so ein kleines Hitzegefühl. Das, was Sie vielleicht auch schon kennen, wenn Sie im CT mal Kontrastmittel gekriegt haben, wird es auch so ein bisschen warm. Und genau das haben Sie dann nicht nur im ganzen Körper, nicht im ganzen Körper, sondern nur in einer Gesichtshälfte zum Beispiel. Aber ansonsten ist bei dem ganzen Eingriff nichts wirklich, was man merkt, oder unangenehm wäre. Das Einzige, was Sie dann merken, ist, wenn der Ballon die Stenose aufweidet, dann drückt es mal ein bisschen. Und da manchmal auch der Blutdruck sofort reagiert, haben wir immer einen Anästhesisten dabei, der sofort ein Medikament geben kann, obwohl in aller Regel sofort, wenn der Ballon wieder zurückgezogen wird, der Blutdruck sich wieder normalisiert. Aber das ist eine reine Vorsicht zur Maßnahme, dass wir immer einen Anästhesisten dabei haben. Sollte sich irgendeine Komplikation ergeben, würden wir das sofort sehen, weil der Patient ja wach ist. Anders als bei der Operation, wo er in Vollnarkose ist, würden wir erst eine Veränderung merken, wenn er wieder erwacht ist aus der Vollnarkose. Wir würden es sofort merken und könnten dann, wenn irgendwas sein sollte, auch sofort darauf reagieren. Wie geht es dann weiter? Die Schleuse, über die wir den Eingriff gemacht haben in der Leiste, wird entfernt und verklebt. Dann gibt es einen Druckverband, der bleibt fünf Stunden drauf. Und die Patienten werden für 24 Stunden auf der Schlagerfahrstation überwacht, damit man auch sicherstellen kann, dass der Blutdruck immer in einem normalen Bereich ist. Und dann kommt man auf Normalstation und nach drei Tagen wird man dann nach Hause entlassen. In der Regel, weil die Funktionsstelle in der Leiste, das gibt in der Regel kein Problem. Die verheilt in aller Regel komplikationslos. Gut, ja, jetzt zeige ich Ihnen mal ein Bild, damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können. Also da stehe ich nun gerade und hantiere mit dem Katheter hier mit meinen Händen und gucke dabei auf diesen Bildschirm. Hier sehen Sie auch wieder eine Einengung der Karottes. Und wenn ich hier unten ein Draht bewege, dann sehe ich den immer hier oben, wie sich das im Bildschirm bewegt. Und das ist meine Kontrolle über das Geschehen. Es ist also nicht wie zum Beispiel bei der Darmspiegelung, wo man eine Kamera hat. Da hat man eine echte Kamera und guckt in den Darm hinein. Das mache ich nicht, sondern ich gucke indirekt, indem ich den Draht schiebe und das an Bildschirmen beobachte und kontrolliere. Das ist von hinten nochmal und hier können Sie sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Also hier wollte ich nochmal zurückgehen auf dieses Bild. Sie sehen hier, da liegt der Patient. Hier, so liegt er dann drin. Und hier sehen Sie jetzt, das ist die Funktionsstelle, da ist die Leistenfunktion. Das ist also genau diese Stelle in der Leistenartere, von der ich vorhin gesprochen habe. Und dann kann ich, indem ich hier meinen Katheter bewege, erst die Aorta hoch und dann hier in die Halsschalader, kann ich hier am Bildschirm dann sehen, was ich tue. Das ist aus der anderen Perspektive, da gucke ich sozusagen auf den Bildschirm. Das ist vom Bildschirm aus gesehen, wenn man so will. Und hier haben Sie mal ein Beispiel, um eine Idee zu haben, um welches Material es sich handelt und wie filigran das ist hier. Das ist also ein kleiner Stent. So sieht so ein Stent aus. Das ist ungefähr die Größenordnung, dass man mal eine Vorstellung hat, wie die aussehen. Ja, wie geht es dann weiter? Wichtig ist, dass man Aspirin weiternimmt. Das ist auch für die Operation ganz wichtig. Dann gibt es ein zweites Medikament, das sind sogenannte Plättchenhemmer. Also man hat ja Blutplättchen, die für die Gerinnung zuständig sind. Wir wollen im Rahmen des Stentings die Blutplättchen ein bisschen hemmen, damit es nicht zu einer Blutgerinnselbildung kommt. Deswegen kriegen die Patienten alle Aspirin oder ein weiteres Medikament, das heißt Clopidogrel. Das hat verschiedene Namen und es gibt auch neue Medikamente inzwischen. Also das muss man zwei Monate weiternehmen. Dann nimmt man das Aspirin weiter, weil das ist wichtig für die Arteriosklerose allgemein. Ganz unabhängig von der Genose nimmt man Aspirin eigentlich dann lebenslang weiter. Natürlich müssen die Risikofaktoren beachtet werden und behandelt werden, damit es nicht zu einer erneuten Genose kommt. Ob es eine Halsschlagader oder am Herz an den Beinen, das ist egal. Also die Risikofaktoren bleiben wichtig. Ja, und dann sollte man einmal in drei Monaten den Ultraschall über Ultraschall kontrollieren lassen, dass der Stent vernünftig durchblutet wird. Weil sowohl bei der Operation als auch beim Stenting gibt es ganz selten mal erneute Genosen. Dadurch, dass der Stent so stark, dass die Haut, die über den Stent rüber wächst, so stark wächst, dass es eine erneute Genose gibt. Wenn das der Fall ist, das ist bei 5% ungefähr, also sehr selten, dann kann man das auch mit einem Ballon nachbehandeln. Gut, also um das nochmal zusammenzufassen, weil die Hauptschlagader, die Halsschlagader, die Karottes, das ist das Wichtige. Risikofaktoren muss man im Blick haben und sollte man, wenn man über 60 ist, auch einmal checken lassen beim Hausarzt. Dann die Symptome, die ich Ihnen geschildert habe, stets ernst nehmen, auch wenn sie nicht wehtun. Wenn dann sowas ist, Hausarzt aufsuchen, Ultraschalldiagnostik veranlassen. Und wenn dann tatsächlich so eine Konstellation gegeben ist, dann empfehlen wir eine Vorstellung im Gefäßzentrum, natürlich gerne auch bei uns, um dann zu überlegen, was getan werden muss und dann eine Therapieentscheidung zu fällen, die bei uns immer von allen drei Disziplinen gemeinsam gefällt wird. Abschließend noch ganz kurz ein paar Sätze dazu, dass es natürlich noch andere Gehirnarterien gibt. Wir haben jetzt von der entscheidenden gesprochen, von der Halsschlagader, von der Arterie Karottes. Aber es gibt auch noch natürlich Einengungen hier unten an diesen Arterien oder hier an der Armarterie oder hier auch an den Nackenarterien. Und alle führen zu bestimmten Symptomen. Und eins möchte ich Ihnen nur noch einmal mitgeben, falls Sie das mal bei sich erleben sollten oder von Angehörigen oder Freunden mal geschildert bekommen. Das nennt sich das Soklavier-Anzapf-Syndrom. Diese Soklavier ist die Arterie, die zur Schulter geht. Und wenn man da eine Einengung hat, dann hat man folgende Symptome. Man hat also eine deutliche Blutdruckdifferenz. Also man sollte auch immer mal beim Hausarzt mal links und mal rechts messen lassen den Blutdruck. Und wenn man dann feststellt, dass es da eine deutliche Differenz gibt, dass es am einen Arm der Blutdruck deutlich niedriger als das am anderen, dann muss man daran denken, dass da vielleicht eine solche Genose vorliegen kann. Ganz häufig führt das gar nicht unbedingt zu Symptomen. Aber wenn es zu den Symptomen führt, die hier stehen, wenn man nämlich Schmerzen am Arm kriegt oder Belastung, und wenn man dann sogar noch Schwindel kriegt bei der Armarbeit, dann spricht es dafür, dass es ein sogenanntes Soklavier-Anzapf-Symptom gibt, das dadurch zustande kommt, dass dann der eine Arm versorgt wird über den anderen Arm und das Blut einmal oben rum geht und dem Kopf entzogen wird. Dann kann es also zu dieser paradoxen Situation führen, dass Belastung des Arms, wenn das Blut in den Arm kommen soll, dazu führt, dass das von der anderen Seite über das Gehirn dann zum Arm transportiert wird und das führt durch die Minderdurchblutung dann zu einem Schwindel. Das heißt also, Schmerzen bei Arbeit und dann noch verbunden mit einem Schwindel, der aufhört, wenn man aufhört, den Arm zu belasten, das ist klassischerweise ein sogenanntes Anzapf-Symptom. Hier war jetzt noch so die untere Arterie, die sozusagen noch vor der Soklavier kommt, das nennt sich Trunkus, und hier sieht so eine Stenose aus, und da wird der Stent dann hereingeschoben, und so sieht das nach dem Stenting aus. Das zeige ich Ihnen auch deswegen, weil das ist natürlich relativ weit unten unter dem Brustkorb, das ist nicht so zugänglich, wie die Arterie Karotte ist, deswegen ist es für die Operation fast nicht erreichbar, oder nur mit sehr hohem Risiko erreichbar, also eine solche Stenose würde man immer stenten, da kommt eine Operation eigentlich gar nicht in Betracht. Das gleiche gilt für diese Arterie, das ist die Nackenarterie, hier sehen Sie eine kleine umschriebene Einengung, auch das ist eine sehr dünne Arterie, und schwer für den Chirurgen zu erreichen, für uns ist das kein Problem. Sie sehen, hier ist dann der Draht noch drin, und hier ist ein Stent implantiert. Auch da kann man verschiedene Symptome haben, die ich vorhin geschildert habe, insbesondere wenn man Schwindel beim Aufstehen hat, und wenn man vorübergehende Doppelbilder hat, dann kann das dafür sprechen, dass dort eine Enge vorliegt, und ganz selten mal, aber das gibt es natürlich auch, haben Patienten eine Einengung in der Gehirnartere selbst, hier, hier sehen Sie, da ist eine Einengung, und das ist zwar so, dass man das heutzutage mit Medikamenten besser behandeln kann, als man das früher gedacht hat, aber es gibt auch Patienten, die auch unter Medikamenten erneute Symptome kriegen, erneute kleine Schlaganfälle, und dann können wir natürlich auch da aus technischer Sicht eine Behandlung durchführen und hier ein Stent einsetzen, und Sie sehen hier, dass das durchmärktes Gefäß wieder normal ist. Also das geht auch, technisch erreichbar, aber man muss eben sehr genau überlegen, bei welchen Patienten muss man was machen, und bei welchen Patienten braucht man das gar nicht zu tun. Gut, dann bin ich auch schon am Ende mit meiner Ausführung, ich hoffe, Sie konnten mir folgen, und ich konnte Ihnen helfen, einiges besser zu verstehen, und freue mich auch schon auf Ihre Fragen, es sind ein paar aufgetaucht bisher, die lese ich gleich vor. Also nochmal, und jetzt auch zum letzten Mal, Risikofaktoren habe ich genannt, muss man einmal jeder für sich feststellen lassen, Warnsymptome ernst nehmen, zum Arzt gehen, Unterscheidung der Halsgefäße veranlassen, veranlassen und durchführen lassen, bei den Ärzten, die sich damit gut auskennen, und dafür auch zertifiziert sind, und wenn man dann eine solche Einigung hat, dann sollte man tatsächlich auch ein Gefäßzentrum aufsuchen, in dem sowohl viel gestendet wird, als auch viel operiert wird, wie das bei uns der Fall ist, und dann kann man sich eine Therapieentscheidung oder eine Empfehlung abholen, und sich dann auch behandeln lassen, und wenn das so ist, sollte man das auch tun. Ja, gut. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Es sind inzwischen drei, nee, zwei Fragen sind das eingegangen. Ich lese das einfach mal vor. Und zwar die erste Frage ist, für den Herzbereich gilt doch, Doppelpunkt, ein Bypass ist länger haltbar und gibt eine bessere Versorgung mit den neuen Blutgefäßen. Trifft das nicht auch auf die großen Gefäße im Halsbereich zu, wo man die Arterien öffnet und die Verkalkung dann vollständig herausschält? Klar, das geht nur so bei planbaren Eingriffen, nicht im Notfall. Also planbar ist im Hals eine klassische Tropie besser als ein Stent. Das ist die Frage. Ja, gut, das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Aber man muss immer noch unterscheiden zwischen der Situation am Herzen und am Hals. Ein ganz wichtiger Unterschied ist natürlich, wie kommt man ran? Bei einem Herzen, bei Einigung der Herzkranzgefäße würde man ja auch heutzutage in allererster Linie zuerst ein Stent setzen. Und wenn das nicht reicht oder es ganz viele Gefäße sind, würde man unter bestimmten Konstellationen dann eine OP machen. Aber auch da ist heutzutage eigentlich der Stent meistens das, was man zunächst macht. Ein großer Unterschied ist aber der Durchmesser. Also ein Herzkranzgefäß hat ungefähr drei, zwei bis vier Millimeter Durchmesser und ein Halsschachader hat sechs Millimeter Durchmesser. Das heißt, wir haben andere Möglichkeiten und wir haben in der Regel nicht das Problem, dass wenn wir einen Stent eingesetzt haben, dass wir dort eine erneute Stenose haben. Das Risiko an einem Herzkranzgefäß nach Stent eine erneute Stenose zu kriegen, liegt bei 25 bis 30 Prozent. An der Karotte ist unter 5 Prozent. Jetzt ist noch die Frage, die viele Patienten stellen, die sie auch gestellt haben. Ist es nicht besser, man schält sozusagen den Kalkplack raus? Das hört sich erstmal so an, als wenn es besser wäre, aber es ist so, dass wenn wir den Stent da reinschieben, dass dieser Kalkplack an die Seite gedrückt wird und sich unter dem Stent verteilt und durch den Stent dort gehalten wird und sobald dann die Gefäßhaut über den Stent wächst, das ist bei einer Operation auch so, auch da muss eine neue Gefäßhaut über die OP-Wunde wachsen, ist eigentlich der Kalkplack an der Seite dann kein Problem mehr. Also wenn die Stenose beseitigt ist, dann wächst sich das sozusagen wieder zurecht und insofern ist es grundsätzlich kein Vorteil, was jetzt die Operation angeht, also zwischen Stent und OP, dass das Gefäß, der normale Gefäßdurchmesser, wieder geschaffen wird. Das, was für uns wichtig ist, wenn wir eine OP oder ein Stent befürworten, sind andere Dinge. Zum Beispiel gibt es anatomische Situationen, wo der Chirurg Schwierigkeiten hat, weil es zum Beispiel die Stenose relativ weit oben liegt oder weil der Hals zu kurz ist. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, die Stenose zu erreichen, weil der Weg dahin so kurvenreich ist oder weil wir sehr viel Kalk haben. Und das ist genau das, was wir uns mit der MR- oder CT- oder Ultraschall-Zusatzdiagnostik dann angucken und dann überlegen, die eine Methode ist besser oder die andere Methode ist besser. Grundsätzlich ist es so, dass beide Methoden ausreichend sicher die Stenose beseitigen können und das Risiko eines Schachanfalls für die Zukunft senken können. Gut, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Jetzt kommt die Frage, aus welchem Material besteht ein Stent? Da gibt es verschiedene Materialien heutzutage. Was wir gerne nehmen, ist ein Stent, der aus Stahl besteht. Das sind ganz kleine, feine Stahlstreben, so ungefähr wie die, die ich Ihnen gezeigt habe. Die sind sehr gut zu sehen und die begünstigen das Einwachsen der Gefäßinnenhaut. Das ist also klassischer Stent, den wir gerne benutzen, ist aus feinstem Stahl. Das andere ist, was auch häufig heute benutzt wird, ist Nitinol. Das ist eine Mischung aus Nickel und Titan. Das ist sehr weiches Metall, was sehr gut formbar ist und was extrem gut bestimmte Kurven, an sich an bestimmte Kurven anschmiegen kann sozusagen. Das ist aber an der Halsader nicht so wichtig, weil es da nicht so viele Kurven gibt und weil die Gefäße größer sind. Wenn wir Gehirnarterien-Stents implantieren, dann ist das immer eine Legierung aus Titan und Nickel. Die Frage, die dann auch häufig sich stellt, ist es dann ein Problem, wenn man eine Nickelallergie hat zum Beispiel und das ist in aller Regel kein Problem, weil eine Nickelallergie hat man immer an der Oberfläche, an der Haut, aber wenn man die Gefäße einsetzt, ist es in der Regel kein Problem. Gut, dann habe ich die nächste Frage. Oh, jetzt sehe ich das gerade nicht hier. Ja, Herr Dressler, beim Unterschied der Blutdruck, beim Unterschied der Blutdruck, Unterschiede der beiden Arme besteht eine Gefahr. Also grundsätzlich ist es so, wenn man eine leichte Blutdruckdifferenz hat, ist es kein Problem. Also sagen wir mal, wenn wir auf der einen Seite einen Blutdruck von 140 zu 80 haben und auf der anderen Seite einen von 120 zu 80, ist es kein Problem. Das sind auch Schwankungen, die andere Ursachen haben können. Aber sobald der systolische, also der obere Wert, unterscheidet, sich mehr unterscheidet als 20 oder 30 Millimeter Hg, ist das eine relevante Differenz und dann sollte man eine Unterscheidungsuntersuchung machen lassen, um festzustellen, ob dort eine hochgradige Einhängung vorliegt. So, dann ist die Überlegung, ob man da nun ein Stent einbauen muss oder nicht, davon abhängig, ob es Beschwerden gibt. Wenn Sie gar keine Beschwerden haben, weder Schmerzen im Arm noch Schwindel, dann muss man auch nichts machen. Dann sollte man das nur kontrollieren. Aber wenn Sie Beschwerden haben, dann ist genau die Konstellation gegeben, die ich gesagt habe, also wenn Sie Schmerzen im Arm haben oder gar Schwindel dabei, dann ist die Blutdruckreferenz relevant und dann ist sie meistens auch hoch. Wir haben tatsächlich Patienten auch schon erlebt, die lassen sich also über Jahrzehnte sozusagen ihren Blutdruck immer nur an einem Arm messen und haben immer einen ganz niedrigen Blutdruck und plötzlich werden sie immer auf der anderen Seite gemessen und der Unterschied ist erheblich. Das kann so weit gehen, dass Sie links 180 zu 100 haben und rechts 90 zu 70. Also das kann schon relevant sein, deswegen ab und zu mal auch die andere Seite oder wenn es geht, sogar abwechselnd messen, regelmäßig abwechselnd den Blutdruck messen. Gut, dann haben wir noch Haltbarkeit, Herzstent und Halsstent. Die sind dauerhaft haltbar. Die sind alle so flexibel, dass sie sich den Kurven der Gefäße anlehnen und in aller Regel halten. Die brechen nicht und auch wenn man draufdrückt, es gab früher mal tatsächlich ganz, ganz früher mal einen Stent, da hat man mal ganz doll draufgedrückt, die Delle, die blieb dann bestehen, aber das gibt es schon lange nicht mehr. Selbst wenn man es drauf anlegt und weiß, wo man hindrücken muss und richtig doll draufdrückt, dann wird sich dieses Stent genauso wieder aussehen, wie sich eine normale Gefäßhaut wieder ausdeht. Also die sind auch druckstabil, die wachsen ein, die brechen nicht und das Gleiche gilt eigentlich auch für den Herzstent. Also die sind dann einmal implantiert und sobald eine Gefäßhaut drübergewachsen ist, sind die mit dem Körper so verbunden, wie zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk. Die sind dann fest drin und da passiert auch nichts. Das andere ist, es kann sich manchmal, das hatte ich eben schon gesagt, die Gefäßhaut, die wächst da drüber, ist eine dünne Gefäßhaut und wenn dieses Einwachsen etwas überschießend ist, das gibt es bei einigen Patienten, wir wissen nicht warum, gibt es mal, dann kann sich nur durch die dicke Gefäßhaut, die sich neu bildet, das ist aber eine glatte, gesunde Haut und überhaupt nichts verwechselt mit der kranken Gefäßhaut bei einem Plak, dann kann das mal so überschießend sein, dass Sie wieder eine Stenose kriegen und dann würden wir die Stenose behandeln, aber diese Stenose ist dann wieder so weit weg vom Stent, dass der Stent dann gar keine Rolle mehr spielt. Der ist eingewachsen und fest drin. Gut, nutzen Sie nur beschichtete Stents, ist die nächste Frage, gute Frage, weil es ist tatsächlich so, ich hatte vorhin gesagt, die Re-Stenose, also die erneute Rate von erneuten Einengungen am Herzen liegt zwischen 20 und 30 Prozent. Das ist auch nicht mehr so ganz so, wie ich das gesagt habe, weil man heutzutage aus den Gründen der erneuten Stenosen eben beschichtete Stents verwendet, am Herzen heutzutage fast regelhaft, weil diese beschichteten Stents, beschichtet heißt, da ist ein Medikament drauf, das soll verhindern, dass die Gefäßhaut zu doll darüber wächst, die soll eben diese Re-Stenose verhindern und deswegen nutzt man bei Stents am Herzen aufgrund der Größe der Herzkranz-Arterie fast regelhaft ein beschichteten Stent. Das machen wir inzwischen auch, wenn wir die Nacken-Arterie behandeln, hatte ich Ihnen eben ein Bild gezeigt, das ist ja ein dünnes Gefäß, das ist auch nur drei bis vier Millimeter, da benutzen wir regelhaft beschichtete Stents. An der Karotte ist es anders, da ist das Gefäßdurchmesser größer, da brauchen wir das nicht, weil die Gefahr einer neunten Stenose viel zu gering ist und deswegen benutzen wir am Herzen nie einen beschichteten Stent. Das heißt, es hängt auch immer ein bisschen von der Stelle des Stents und von der Größe des Gefäßes ab. Der Nachteil des beschichteten Stents ist nämlich, dass Sie diese doppelte Plättchenhemmung mit Aspirin und Glocidogrel für neun Monate nehmen müssen. Und das brauchen Sie bei einem nicht beschichteten Stent nicht, da brauchen Sie es nur für zwei Monate. Gut. Da steht, altern die Stents bei Herz, sagt man bis 20 Jahre nur. Wie gesagt, also die Stents altern nicht, weil die eingewachsen sind. Wenn sie an der Oberfläche liegen würden, wäre es schlecht, aber das tun sie nicht, weil immer die Gefäßhaut drüber wächst. Und selbst wenn der Stent mal brechen sollte, dann macht das auch nichts, weil das Gefäß stabil drumherum sich zurechtgewachsen hat. Und die Frage ist, halten die Stents? Ist natürlich auch eine Frage, kann sich an der Stelle wieder eine Einengung bilden? Ja. Das kann auch ganz unabhängig davon, ob die Gefäßfaut sauber gewachsen ist oder nicht, natürlich an der gleichen Stelle, wo mal ein Stent alles wieder begadigt hat, sich eine erneute Arthelosklerose einnisten und da eine erneute Stenose verursachen. Das sehen wir auch manchmal, dass sich an der gleichen Stelle wieder ein Platt bildet und eine erneute Arthelosklerose, eine Stenose verursacht und dann kann man das auch nachbehandeln. So. Es wurde immer gesagt, dass man nur auf dem linken Arm Blutdruck messen kann. Ne, das stimmt nicht. Das kann man links wie rechts. Das kann man auf beiden Seiten, das ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, man sollte da eine Routine entwickeln, aber einmal im Jahr zumindest auch mal die andere Seite messen. Dann sehe ich hier unten noch eins, linken Achselhöhle. Das kann ich jetzt nicht lesen. Oder steht da noch irgendwas? Was, können Sie das lesen? Ein leichtes Druckgefühl in der Achselhöhle, in Höhe des Herzens. Wie kann ich das jetzt sehen hier? Ein leichtes Druckgefühl in der Achselhöhle, in Höhe des Herzens. Was bedeutet das? Das ist schwer zu sagen. Also, ein leichtes Druckgefühl hört sich erstmal nicht bedrohlich an. Also, es ist ja immer so, dass Sie natürlich wissen, dass Einhängung der Herzkranzgefäße eben Schmerzen verursachen kann, aber das sind in der Regel dann heftige Schmerzen, die gemeinerweise an verschiedene Stellen ausstrahlen kann. Es ist keineswegs so, dass es immer die Brust geht, manchmal geht es auch in den Rücken, häufig geht es in den Arm, aber jetzt speziell in der Achselhöhle, in Höhe des Herzens, das ist jetzt erstmal, für mich hört sich das nicht nach einem vaskulären Syndrom an und wenn das dauerhaft ist, dann könnte man vielleicht beim Ultraschall mal gucken, ob da irgendwas an der Stelle ist, was den Druckschmerz verursacht. Aber so erstmal, wie ich das lese, hört sich das nicht gefährlich an. Oder nicht daran, als wenn es mit einer Einengung der Herzkranzgefäße und schon gar nicht mit einer Einengung der Halsgefäße oder der Armarterie verursacht wird. Weil wenn man eine Einengung der Arterie an der Schulter, die zur Schulter führt, hat, sagt die Ihnen dann bereits, dann wirkt sich das immer im Arm oder in der Hand aus. Also eine Einengung an dieser Stelle führt zu Schmerzen in der Hand oder im Arm, aber nicht zu Schmerzen direkt hier in der Leistenhöhle, in der Achselhöhle. Gut. Habe ich da alles beantwortet? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da sehe ich nur eins. Oben ist die Ultraschalluntersuchung der Halsgefäße aussagekräftig für den Gesamtzustand im Körper, speziell in anderen Körperteilen. Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank. Es ist so, dass man heutzutage die Halsarterie als den Ort ausfindig gemacht hat, in dem man am besten erkennen kann, ob ein Patienten eine Arteriosklerose hat, grundsätzlich ja oder nein. Das heißt, wenn Sie einen Ultraschall machen und Sie sehen dort glatte Gefäße und keinen Plagg, dann haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das an den anderen Arterien im Körper auch nicht der Fall ist. Wenn Sie hingegen dort eine Einigung sehen, dann können Sie sehr wohl Rückschlüsse darauf ziehen, dass insgesamt eine Arteriosklerose besteht und dass damit das Risiko besteht, auch ein Plagg an den Herzarterien oder an den Beinarterien zu kriegen. Und da muss man nur wissen, dass man entsprechend die Risikofaktoren noch ernster nehmen muss und dass man weiß, wenn wir Beschwerden eintreten, also Schmerzen in der Brust, was das Herz angeht, oder Schmerzen in den Beinen, was die Beinarterien angeht, oder eben die Symptome, die ich Ihnen geschildert habe, dass man die dann umso ernster nehmen muss. Ja, also das ist gut, einmal nach 50 Jahren, zumindest nach 50 oder mit dem 60. Nebensjahr, sich einmal eine Ultraschalluntersuchung von Halsarterien machen zu lassen, weil das sehr wohl Rückschlüsse darüber zulässt, ob eine Arteriosklerose vorliegt oder nicht. Ich glaube, wenn sich jetzt noch keiner mehr meldet, dann habe ich, glaube ich, alle Fragen beantwortet, richtig? Ja, gut. Also, wenn jetzt von Ihnen nichts weiterkommt, vielen Dank für Ihr Interesse. Das hat mir Spaß gemacht, das ging auch gut hier im Studio. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen und Sie konnten Bild und Ton auch gut empfangen bei sich. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und wenn Sie Probleme haben mit der Halscharader, kommen Sie zu uns nach der Alkaiton. Schönen Abend. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.